Sonst ist ja nix hier. Auf geht's! Lieben Leute, lasst euch sagen, es hat gleich 12 geschlagen. Du musst dich mal ein bissl beeilen, Freund. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Oh, ein Checkpoint! Supergeil! Ah Mist, haben sie ihn doch erwischt. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Das heißt... Ah, folge deinem Bruder. Tschack! Meine Gettling! Meine Fresse! Und das heißt, wir laufen jetzt ein bissl durch den Mais und der Preis ist heiß. Oder wie? Okay, und jetzt? Okay, wir müssen sie umgehen. Das ist ja logisch. Ey, wir haben immer noch die Uniform an. Das ist eigentlich ziemlich dusselig. Bleib hier und sei ruhig. Okay. Bin ich. Ich bin ruhig. Töte alle feindlichen Soldaten. Ich bin... Aha, das Messer ist eine lautlose Waffe. Hm. Ich habe keinen Kompass, kein Lichts. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist ein Action-Jackson? Ha! Das war clever, ha? Ich... 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 Ich werde mich bestimmt nicht nur mal zeigen. Da sind sie! Oh, oh. Runter, runter, runter! Weg! Weg! Scheiße! Ich bin so dämlich, ey. Echt? Nur fehlt's. Okay. Harmes Schwein. Das gefällt mir nicht. Oh. Folge deinem Bruder. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Come on. Mach dich auf. Oh la la. So, was jetzt? Zack an. Okay, wir umgehen die Gatling. Das macht Sinn. Komm schon. Oh, eins. Wir werden... Wir werden das gleich... Töte alle Feinde. Das Messer ist eine lautlose Waffe. Findet sie! Okay. Hey, Rebell! Wo schnackst du? Ich bin hier. Und wo bist du? Haha. Wie viel Messer habe ich denn? Wie viel Messer habe ich denn? Haha. Findet sie! Ja! So. Noch einer weniger. Da unten bist du. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Hier ist noch einer. Wo, 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 wo? Soll ich nochmal hochgehen? Wer war denn das? Ah, Mist! Ah, Mist! Wie viele seid ihr denn? Wie viele seid ihr denn? Oh, Mann! Oh, la, la. Von wo streift's? Au! Da hat mich jemand gesehen. Ich hab's grad gemerkt. Wo sind sie? Wo sie sind? Sie sind hier. Aber wo bist du? Ich wollte euch ein nach dem anderen eigentlich. Aber irgendwie... Scheint ihr das nicht so zu wollen, wie ich das will? Wo bist du? Wo bist du, Kunde? Ah, wo seid ihr denn? Oh, Geld erhalten. Cool, noch ein Messer. Au! Weiter weg, weiter weg, 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 weg. Von welcher Seite ruft er denn? Wo ist mein Bruder? Oh, Mann! Ihr macht mich alle wahnsinnig. Was, wenn ich jetzt hochgehe, bin ich doch tot. Scheiß Maisfeld. Das sieht doch alles gleich aus. Ich geh mal wieder hier runter. Soll ich nochmal hoch? Wo denn? Ist doch gar keiner mehr da. Oder? Oder? Nee, alle getötet. Halt! Einer ist noch. Au! Was soll ich denn machen? Soll ich mal hinter dem Baum gehen? Ich geh mal hinter dem Baum. Haha, da ist einer, oder? Nee? Lasse deinen Bruder nicht dort zurück. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich komme, ich komme. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich sehe den Typen. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ich weiß jetzt, wo er ist. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Da ist er. Geradeaus. Geradezu. 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 Hier muss er doch gewesen sein. Habe ich. Oh, Mann, Mann, Mann. Triff dich mit deinem Bruder in der sicheren Zone. Okay, das machen wir jetzt. Hey, das war jetzt aber echt, äh, eine Scheiß-Mission. Komm, lauf. Mein Freund, lauf. Lauf zu. Oh, oh. Feuer. Also. Plan B. Na klar. Ja, aber heute ist was anderes. Komm. Gehe zum Baum. Nimm das Lasso. Auf B2 auf der Maus drücken. Such dir eine gute Stelle. Wo ist denn das Seil? Wo ist denn das Seil? Ah. Ach, da. Hä? Hä, was ist denn das? Hä, was ist denn das? So ein Blödsinn? Wir sind ein Blödsinn. Bewege deinen Arsch rüber. Mach ich doch. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Checkpoint. Oh. Wunder, nachladen, komm. Wunder, nachladen, komm. Ach, ne. Na klar, hab ich die Ruhe. Was denkst du denn? Und jetzt ab nach Hause. Und jetzt ab nach Hause. Oh la la, lass uns reiten. Da stimmt doch schon wieder was nicht. Guck mal. Hey. Ray. Geh vor. Reite vor. Wenn Gegner und Reichweite sind. Okay, Achtung. Und. Ah, Konzentration, Konzentration. Hast du mir geholfen? Na, komm mal mit. Die lassen ja immer was fallen. Ein rostiges Gewehr. Oh. Oh, Alter. Hier. Und nimm dies. Ha, ha, ha. So, wir machen das ja mal so. Und Y. Ah, wenn die in der Nähe sind. Y. Na, komm. Aha. Du noch. Oh. Jetzt. Was für eine Schießerei. Oh, da sind zwei. Okay, schön aufpassen. Komm, komm, komm. Lad nach, lad nach, lad nach. Geht's um den Baum. Oh, Ray ist schon ganz gut. Oh. Ha, ha, ha. Komm vor. Du noch. Du kriegst auch gleich noch eine. Komm. Oh, Sarma. Der steht genau vor mir. Jetzt. Haben wir's. Meine Fresse. Jetzt hab ich aber auch ganz schön viel Moon gebraucht. Die sammeln wir uns jetzt wieder ein. Gehen vor. Wir haben noch ein paar Sekunden. Komm, komm, Ray. Oh. Was denn jetzt passiert? Gehen das Gebäude. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ducken. Da oben sind Schützen. Das ist aber heftig. So, erstmal hier kurz verschnaufen. Okay, den haben wir. Da oben ist auch noch einer. Ja. Ja. Oh, nimm. Nimm das. 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 Auf dem Dach. Ja, ich weiß. Okay, jetzt. So. Das müsste es gewesen sein. Mit diesen Spritzern. Das ist unser Haus. Was tut ihr hier? Gesperrt? Okay. Auf mein Signal. Auf dein Signal. Okay. Ach, da oben ist auch noch einer gewesen. Zu leicht. Hey, komm. Ich hab mir schon genug die Zähne ausgebissen. Hier geht's nicht. Okay, nehmen wir einen anderen Weg. Mit dem Lasso kommst du auf den Balkon. Ich sag das kein zweites Mal. Dann komm schon. Komm und hol sie dir. Oh, da liegt noch was. Das Gewehr ist eingesch... Kommst du! Und? Tür auf. Hey. Wenn wir nicht gut sind, wer dann? Gucken wir uns noch das an. Und dann ist der Part im Prinzip erstmal vorbei. Oh, hier. Mist. Das hat sie nicht verdient. Ich habe versucht, die Tür zu verriegeln und sie zu beschützen. Aber... Wir sollten zum Hafen aufbrechen, Ray. Vielleicht finden wir irgendein Transportmittel. Dein Tag. Verrückt. Da bin ich nicht. Ich habe, da bin ich. Ja. Und ich bin. Ich bin. Die Tür. Das ist zum Hafen. Die Tür. Die Tür. Das ist zum Hafen.